Fantasie reisen mit hellen und dunklen Klängen. Ein Gong ertönt beim Öffnen eines großen Turms. Du stehst in einem hohen, dunklen Raum. Langsam gehst du weiter. Nach einer Weile erreichst du eine Hülle. Sie besteht aus lauter, bunter Edelstein. Du genießt die erleuchtenden Formen. Du brichst dir ein kleines Stück an. Du hältst es in deinen Händen. Schaust durch das Kristall hindurch und siehst auf zauberhafte Weise etwas, was irgendwie dann spürt. Vielleicht aus deinem Leben. Du siehst es dir in Ruhe von allen Seiten an. Du genießt die Ruhe und träumst ein wenig weiter. Weiter, 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 weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020